Die BMW Group verfügt über eine hohe Kompetenz bei der Produktion von Antrieben. Aus unserem globalen Produktionsnetzwerk beliefern wir unsere Fahrzeugwerke mit Antrieben. Egal, ob sich unsere Kunden für ein Modell mit einem verbrennungsmotorischen oder einem elektrischen Antrieb entschieden haben. Die E-Mobilität gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung. Den elektrischen Antrieb der bereits fünften Generation produziert die BMW Group seit 2020 in Serie. Er wird dieses Jahr auch im neuen BMW iX und im BMW i4 zum Einsatz kommen. Wir gehen davon aus, dass wir 2030 mehr als die Hälfte unserer Fahrzeuge weltweit mit einem vollelektrischen Antrieb an unsere Kunden ausliefern werden. Dementsprechend erweitern wir unser globales Produktionsnetzwerk für elektrische Antriebe. Wir erweitern bestehende Standorte und erschließen uns neue. Den dabei notwendigen Personalaufbau bewerkstelligen wir nahezu ausschließlich durch Transformation. So können wir die vorhandenen Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen und Ihnen auch langfristig attraktive und sichere Arbeitsplätze anbieten.